Hallo Löwchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Satisfactory Ja, wir gehen ja heute mal weiter und wir wollten ja in diese Richtung hier Ähm, genau Falls ihr euch, warte mal, mein Map habe ich hier Ähm Falls ihr euch fragt, warum ich hier ein bisschen leise rede, ähm Wegen der, ähm, bin hier umgezogen und ja, da schallts ein bisschen noch, deswegen Rohquarz rein Wieso nehme ich das mit? Ich bin schon ein bisschen bedäppert So, dann schauen wir mal, was wir hier sehen werden Ähm Irgendwas interessantes, ich weiß ja nicht Ich hoffe, wir entdecken, was Kupfer Was interessantes Hm Hier ist nix Hier ist, was ist das hier? Kalkstein rein Hallo Bertha Ich nenn sie Bertha Das ist Bertha Begrüßt Bertha Bis dann Bertha Wir sehen uns Wir sehen uns So, ähm Die Frage ist halt, was wollen wir dann machen? Soll ich jetzt noch weiter fahren, was ich jetzt nicht So geil finde So geil finde Wenn wir jetzt hier noch weiter rumschauen Ähm, was ich halt jetzt hier Den Fabricator könnte ich eigentlich machen Das heißt, wir gehen jetzt mal hier zurück zum Home Ganz schnell Und ja Dann machen wir den Fabricator und produzieren dann Diese, ähm Diese, ähm, wie heißt die Nobilisk Bombenteile da Die will ich hier in die Produktion Ganz einfach Ne, sehe ich gar nicht an Was ihr da mit mir vor habt Sehe ich nicht ein Mädels Was ist das hier? Ganz normaler Fels, oder? Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier schönes? Äh, genau Nimm das mal in die Hand Ah, das geht ja schnell Zack Brauch noch mehr davon Dann mach ich ja alles platt Nein Nein, Mist Naja, egal Dann gehen wir jetzt zurück Auf dem direkten Wege Und was haben wir hier? Eh, mal lass ich mich ablenken Das ist so schlimm Ähm Nur ein Fels, oder? Ne, das ist irgendein Erz Oh, Quarz Okay Aber kein dauerhaftes Vorkommen Das sind nur so kleine Stücke Quarz Quarz Ähm, genau Lade dich mal auf, Jetpack Lädch dich auf Bitteschön, Dankeschön So, Energie haben wir jetzt auch nicht mehr so viel Jetpack Energie Ich müsste immer mal so eine Maske machen Aber immer vergesse ich das Jedes Mal vergesse ich das Neu, ja, kann man nichts machen, ne Äh, ja, kann man nichts machen, ne Nein So jetzt Irgendwo höre ich da rein, Schnecke Oh nein Das ist so ein Teil Komm, nimm uns einfach mit Das müssen wir später nicht suchen Besser haben als nicht haben, ne Falls ihr euch fragt, ja, wieso die Folge Letzt, äh, die letzte Folge da So spät rauskam Um halb 10 Uhr morgens Hab ich so hochgeladen Ja, das Ding ist Ich hab's gerendert Bin dann eingeschlafen Hab dann irgendwie Kein Wecker gestellt Ähm, ja Dann hab ich irgendwann gemerkt Oh, scheiße Ja, das war erst halb 10 Ne, ja, halb 9, halb 10 Irgendwie sowas Und dann hab ich's direkt Hochgeladen Oh, es ging aber schnell Der ging aber schneller Und neun Organe Ein Organ fehlt uns noch Zwei Schuss haben wir noch Er, nimm mal hier deinen Vier Stück Tisch Das Gras kann mir gar nichts Überhaupt nichts Danke, dass du mich mal hochbußt Wenigstens etwas, was du richtig gemacht hast In deinem Leben Ah, hey 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 Ich brauch noch so ein Alien Organ Hallo Ich lass die Schnecke jetzt einfach mal Scheiß auf die Schnecke Komm ich da irgendwie hoch Ähm Ich glaube Ja Warte 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 Probier das aus Probier das aus Jawoll Richtiger Genius Bin ich hier Richtiger Genius Yes Genau abgeschätzt Genau abgeschätzt So Ist hier noch irgendwie so ein Alien? Nein Er ist keins Ich brauch noch so ein Alien Oh den hau ich dann Ich muss in die Richtung Aber wir sind schon ziemlich nah an der Base Würde ich jetzt wohl sagen Ist noch durch dieses Biom hier durch Und dann sind wir eigentlich schon wieder bei der Base Wo sind denn meine schnuckligen Aliens? Ich will sie töten und ihre Organe haben Aber irgendwie haben die jetzt Angst vor mir Weil die wissen Ich bin bewaffnet Genau Ähm Neues Projekt auch noch Ähm Was ich Wenn es auf dem PCS rauskommt Ähm Ich glaube in dem Herbst Irgendwie so Also irgendwann im Herbst Sollte es rauskommen Ähm Detroit Human Human? Irgendwas mit Human Alles Ähm Das bei PS4 Ähm Access Also Ähm Exklusiv Bei PS4 Ja Jetzt gibt es Soll es auf dem PC kommen Ich habe es schon gekauft Äh Ja Müsste Dann Ich Ich hoffe es kommt bald Und dann können wir direkt loslegen Weil ich freue mich richtig auf dieses Spiel Äh Spiel ist cool Ist halt wieder voll mein Ding Äh So Adventure mäßig Äh Ja Äh Ich glaube ich muss bei mir noch ein paar Möbel hinschellen Dann schaltet es auch nicht mehr so extrem Und an das Mikrofon kommt noch Natürlich eins von Rude Ich suche eigentlich immer noch ein Organ Aber ich sehe Kein einziges hässliches Vieh mit einem Organ Ich sehe überhaupt keine Tiere Vielleicht habe ich sie schnell ausgerottet Was ich jetzt nicht glaube Oder hoffe Schauen wir nochmal schnell hier unten Vielleicht finden wir da noch ein Organ Ein Alien Organ Wir suchen jetzt heute auf jeden Fall noch das eine Vieh mit einem Organ Oh guck mal Mein Schatten war da gerade eben Und dann morgen machen wir dann den Fabricator Würde ich sagen Genau Das ist heute Das ist so mein Ziel jetzt hier erstmal Und dann sind wir eigentlich schon auch wieder durch Wir haben den Funkturm Wir haben Äh Wir haben alles neu Die ganz neuen Sachen haben wir schon Ähm Das ist halt die Frage Ich glaube Dann werde ich dann erstmal hier weitermachen mit No Man's Game Ich weiß halt nicht Müsst ihr mir da mal schreiben Ähm Alter ist hier kein Vieh mehr Als ob ich die wirklich schon alle ausgerottet habe Das kann doch nicht sein oder Niemals man Niemals Oh Mann Je Das kann nicht sein Hallo Ich hab da nur ein Stock Oder ein Elektro Stock Nennen wir es Elektrostock Ah Nix Ja Ah doch hier Perfekt Geil Dann hauen wir jetzt auf die Schnauze Hallo Ich bin hier Gib mir dein Organ So Und jetzt haben wir 10 Organe Jetzt können wir die hier in die Mem reingeben Und Ja Genau Perfekt Mal schauen was wir dann rauskriegen Dafür haben wir jetzt 10 Organe Nee Das ist perfekt So Wir müssen eigentlich nur dem Kabel folgen Theoretisch Dann kommen wir auch nach Hause Äh Sprecher freeze Wenn dieses Kabel überhaupt Nach Nach Hause führt Ich hab ne Befürchtung Nach Hause führt Egal Wir rennen einfach hier Den Punkt hinterher Das ist einfacher Und geht schneller Oh Was haben wir denn hier Ähm Ich glaub aber diese Felsen sind noch nicht fertig Ne Mitnehmen Ähm Ja Diese Felsen sind nicht fertig Oder Irre ich mich da Ich weiß es nicht Leute Vielleicht ist es auch fertig Aber Oder ich hab einfach ne Tomaten auf den Augen Und seh das so Verkrüppelt Perfekt Ich kann damit mitfahren Dann sind wir schneller zu Hause Geil Leute Schneller zu Hause Perfekt Perfekt Besser geht's gar nicht So So Ich fahr da mal mit Oh ich will mitfahren Lassen sie mich Stop So Oh mein Gott Aua Das hat weh getan Oh ich hab was Hier Atme mal So Einmal hier runter Geronimo Zack So Jetzt einmal schnell In die Mäh Äh Was nehmen wir dann Eisenbarren Ähm Kopfer Und Eisen Gibt drei Eisen Oh Dann nehmen wir hier mal Alternativcomputer Oder Schauen wir mal Nein wir nehmen das hier Das heißt wir können uns Zwischenschritt Sparen Ähm Sparen Eigentlich So Analysieren Halbe Stunde Tschüss Geh nach Hause Bin ich eigentlich schon Aber Ja Gut Festplatten Haben wir jetzt fünf Stück Die machen wir auch auf die Seite Genau Die machen wir auf die Seite Die Schnecken noch So Aber ich würde sagen Wir machen dann morgen weiter Mit der Mit dem Fabric Fabricator Bis morgen Tschüss Tschüss